Schaffen Sie sich ein zusätzliches finanzielles Standbein. Ohne Risiko, ohne Verpflichtungen. Ein zweites Einkommen, das Ihnen Unabhängigkeit und Flexibilität garantiert. So wie es in Ihr Leben passt und das Ihre Zukunft sichert. Mein Leben hat sich so verändert, dass ich heute einen Lebensstil führen kann, den ich mir früher, glaube ich, nicht erträumen konnte. Meine finanzielle Situation hat sich auch sehr zum Vorteil verändert. Ich habe einfach mehr Geld. Nebenbei ist es natürlich auch eine Wahnsinnsrente. Ich in Rente gehe, aber mit 6.000 bis 8.000 Euro. Ich kann mir meine Zeit selber einteilen. Ich habe mehr Freizeit jetzt. Absolut die Freiheit. Machen Sie sich frei von den Unsicherheiten des Arbeitsmarktes. Das Leben hat sich bei mir total verändert. Ich war arbeitslos und habe mich auf diese Art und Weise aus dem Status Arbeitslosenhilfe Hartz IV herausgearbeitet. Werden Sie unabhängig, mit einem sicheren Zusatzeinkommen oder auch vollkommen selbstständig. Werden Sie Teil einer Erfolgsgeschichte, die bereits Tausenden von Menschen zu Wohlstand und finanzieller Unabhängigkeit verholfen hat. Es kann wirklich jeder erfolgreich sein, weil ich sehe es in meiner eigenen Organisation. Es sind Hausfrauen drin, es sind alleinerziehende Mütter, es sind Rentner in meinem Geschäft, es sind Top-Unternehmer in meinem Geschäft tätig. Und das ist auch das, was ich sehe momentan, ein Trend, dass immer mehr Unternehmer diese Vertriebsform kennenlernen, schätzen lernen und auch sich hier involvieren. Millionen Menschen haben inzwischen diese Möglichkeit für sich entdeckt und nutzen diesen bereits in den USA und Japan etablierten Vertriebsweg, für den mittlerweile auch in Deutschland sogar von der Industrie- und Handelskammer ein Zertifikatslehrgang angeboten wird. Dr. Karl-Heinz Ossig, Wissenschaftler und langjähriger Berater im Network-Marketing, hat sich ausgiebig mit der Entwicklung dieser innovativen Vertriebsform beschäftigt. Network-Marketing ist auf dem besten Weg, eine der wichtigsten Vertriebsformen der Zukunft zu werden. Das bestätigen schon die rasanten Wachstumszahlen in Japan und in den USA. Und Deutschland ist bereits jetzt der größte Direktvertriebsmarkt in Europa mit einem Umsatz von etwa 9 Milliarden Euro jährlich, weltweit sogar an dritter Stelle. So erfolgversprechend der Einstieg in das Network-Marketing auch sein mag. Nur mit einem starken und auch etablierten Partner können Sie die Chancen dieser persönlichen Vertriebsform auch voll nutzen. Das Leben, das hat sich um 360, 680 Grad gedreht. Ich habe mir etwas gewünscht, wo ich keine Kapitalinvestition machen muss, wo ich mit Menschen arbeiten kann, wo ich das verdiene, was ich wert bin. Und das kam. Mir konnte in meinem Leben nichts Besseres passieren. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Ich habe jetzt wirklich damit meinen Traumberuf gefunden. Es ist einfach so gut, man muss es unbedingt weitererzählen. Werden Sie aktiv auf einem der weltweit am stärksten wachsenden Märkte und das ohne Risiko.